Ich habe mir gerade Mighty No. 9 angesehen, das neue Spiel des Megaman-Machers Keiji Inafune, das auch stark an Megaman erinnert und per Kickstarter finanziert wurde. Leider habe ich im Vorfeld ein paar Videos gesehen, die mich doch so ein bisschen skeptisch gemacht haben, denn das sah schon alles sehr unfertigend rough aus. Und das ist tatsächlich ein Eindruck, der sich zumindest optisch auch leider nach meiner Präsentation oder nach meiner Anspiel-Session gerade ein bisschen gehalten hat. Aber es ist eben auch wirklich nur die Optik. Also die Explosionen, all das, das sieht nicht wirklich geil aus. Ich bin auch kein großer Fan des Stils des Spiels, aber es macht Spaß. Also diese Unpolishedness, dieses Unfertige, das ist eigentlich wirklich nur die Optik, denn das Game Design, das Spiel, das funktioniert. Also es steuert sich hervorragend, es macht jede Menge Spaß durch die Level zu dashen und die Gegner zu attackieren. Und deswegen bin ich eigentlich relativ sicher, dass Megaman-Fans zumindest auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß mit diesem Spiel haben werden. Auch weil das Spiel eben sehr viele verschiedene Schwierigkeitsstufen hat, sodass man eben wirklich auf einer leichten Stufe anfangen kann und sich dann bis zu einer Stufe hochspielen kann, wo man wirklich mit einem Treffer sofort tot ist. Darüber hinaus gibt es Challenges, die man übrigens auch im Koop spielen kann. Darüber hinaus gibt es auch noch einen Bosch-Rush-Modus, wo die Bosse noch mal schwerer sind, wo man dann eben die Bosse nacheinander macht und da geht das Licht aus. Und ja, das wird dann wahrscheinlich auch beim Spielen sehr oft passieren, denn das wird schon sehr, sehr tough. Dazu gibt es auch noch ein Leaderboard und all das, was halt wirklich dafür sorgen wird, dass sich um das Spiel wahrscheinlich eine Kultur bilden wird mit Leuten, die immer bessere Highscores machen wollen, die Speedruns machen wollen. Und ich glaube, wer auf sowas steht, auf schnelle, flotte Action-Titel mit Highscore-Aspekt, die werden mit Mighty No. 9 auf jeden Fall eine Menge Spaß haben, auch wenn es von der Optik her nicht ganz so überzeugt. Darüber hinaus hatte ich übrigens auch noch die Möglichkeit, Keiji Inafune selbst zu interviewen. Das hat auch eine Menge Spaß gemacht und war sehr cool und das werden wir in Zukunft sicherlich in ein paar Videos verwerten. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann klickt auf Abonnieren und ansonsten gibt es hier noch zwei weitere Gamescom-Videos zu sehen, die auch sehr sehenswert sind. Klickt drauf, habt Spaß, bis dann, euer Martin.